So, auf Hoop geht's mal wieder los und wir müssen jetzt mal ein paar Tiere für den Ozean zähmen. Wir haben uns dafür einen Arionix und einen Sarko entschieden. Die müssen wir jetzt hier noch suchen, beziehungsweise wir hatten sie schon gefunden bei der Inspektion. Aber, ja, die machen sich ja auch schnell mal selbstständig. Und flitzen hier rum. Jetzt drehen wir hier eine Runde. Da ist schon einer, direkt unter dir. Ist das? Äh, ja, bestimmt. Genau das wird sein. Dann locke ich ihn mal ein bisschen an. Ich muss wieder zu uns kommen, warte mal. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, mit Locken bin ich gut. Okay, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ja, er kommt. Aber zu dir, toll. Egal. Wo ist er denn? Der greift dein Ding an. Ja, er liegt. Äh, jetzt müssen wir nur noch betäuben. Der ist eingenetzt. Pass auf. Okay. Da liegt da eine Explorer Note, ne? Oh ja, ich sehe es. Direkt unter? Oh, ich bin gerade fast rein, gerade. Aber die habe ich anscheinend schon geöffnet. Ich habe jetzt bloß keine Netze mehr. Und wir müssen abpassen, wenn der rauskommt. Jetzt ist er betäubt. So. Ja, die vom Direwolf ist die. So. Ohne, X-Relima hat Kibble dabei. Ne, das hol ich jetzt noch. Was, das holst du jetzt noch? Ich habe ihn nicht mitgenommen. Ich habe es alles noch im Schrank liegen. Oh nein. Ja. Äh, äh, äh. Was? Brauchst du Narkosemittel? Ja, dann gib mal Narkosemittel und ein paar Netze. Dann, äh, dann gucke ich mal, dass ich den... Oder tu es bei dir, den Drachen. Ich hole es mir raus. Dann gucke ich mal. Narkosemittel ist drin. Hast du Narkosemittel dabei? Ja. Es muss ein Trache sein, oder? Ach, ne, ne, ne. Ich habe gar was anderes gehabt. Ich habe es gerade reingelegt. Hier wurde die Netze. Ne, wo meine Schuhe. Wir haben die Reihe. 1, 2, 3. Ah, da. So, Narkosemittel. Ich hab es gesagt. alles die alte zu labern ich habe das ding gerade aktiviert ja kannst du ja ich weiß jetzt nicht wie viel man hier noch finden so und jetzt müssen wir hier noch den Sarko ich hatte ihn ja vorhin schon mal angetriggert das probiere ich einfach ach so ich bin schon auf Gamma 4 das ist Gamma 4 ja das ist halt wir haben es jetzt halt mitternacht nach mitternacht und das ist halt immer das problem aber jetzt ist es eine Frage und sogar Sarko das sind immer so ganz viele andere Tiere ich finde, dass er wieder irgendwo hin abgehauen wohin er nicht sollte das finde ich wäre es ja dann auch wenn ich noch die Insel wackele jetzt geht der Nebel wieder los, das ist toll du hast ja eigentlich hier nimmer eine Chance, irgendwie äh Alter, mir ist schon wieder das Stream schon wieder abgekackt, aber die Aufnahme läuft was ist das für ein komisches Ding heute, wenn bei dir ständig das Stream abkackt ich guck jetzt mal ob das nur mein OBS ist oder ob der wirklich steht so jetzt kommt es wirklich hier mal drauf an wo ist, wo ist, wo ist, wo ist ich kann mir nie vorstellen, der Sarko, der war nämlich Level 140 der jetzt so großartig verschwunden ist ja jetzt sind die Bröschel natürlich sein, dass der sich Sarko die Bröschel hier neue Freunde hier hinten gesucht hat im Hinterland ok, so ist es wieder nicht das ist halt das Problem, wenn man hier alles im Blick hat so, jetzt machen wir erstmal hier rein und das und das ich habe anscheinend Nussbild was abkackt Nussbild? ja Piranhas Mann, 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 Mann vor uns hatte ich ihn hier ständig da hatte ich sogar 2 verschiedene Sarkos und jetzt ist alles weg hier da ist er doch 6 ist er das? ne 85er alt 85er brauchen wir natürlich nie so einzige was wir bei dem brauchen ist die Haut aber vielleicht es ist egal es ist egal die trägs Fiecher hier gibt es ja wohl nie hat das nochmal Kumpel gefunden naja die äh die blöden die blöden Piranhas was ist das hier? Krok so kurz gucken da war ja nichts sieht immer noch gut aus ja ich bin nicht zufrieden aber ich habe schon mal getestet das mit dem netzen funktioniert beim Krok beim Sarko genau auch ich muss nur noch das 140er finden alles klar ich suche gestartet da kommen wieder die Piranhas ich mache jetzt doch mal einen Versuch ob das Stream jetzt durchhält wenn nicht mache ich ja bloß Aufnahme fertig jawohl so machen wir das ja das kann durchaus sein dass es einfach nochmal neu starten muss dass es dann funktionieren oh wir sehen ja sogar Kartoffeln ich habe doch vorhin zwar durch alles ja die Kartoffeln hatte ich noch nie gesehen die sieht man so schlecht mal sehen gucke hier hier und das Kartoffeln hier sind Fasern 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 ein Stückchen zurückgehen ne Fasern Fasern oder sind das keine Kartoffeln doch sind Kartoffeln genau das waren die Kartoffeln ja hier haben wir die kleinen Möhren so und wenn wir die kleinen Möhren haben dann haben wir den Mais komm Mais da ist der Mais oder ne wieder jetzt ist der Mais da und dann haben wir nämlich hier auch noch äh irgendwo hier sind auch noch Zitronen versteckt da gut zu erkennen an diesen schönen Zitronenbäumchen hier 5000 Fasern die du hier abarbeitest um an das Zeug anzukommen ja schrecklich ich bin schon bei 1035 jetzt 32 Zitronen ja das sind die kleinen Gemüse Obst und Gemüse Insel so das rein das rein das rein ich bin auch schon im Anflug ist das 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 ist ja es hört sich ja gut an wenn du schon im Anflug bist da müssen wir jetzt wirklich mal hier den 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 blöden Sakko finden ja ja alle hier gibt's tausende von Drecksviechern tausende von Drecksviechern tausende von Drecksviechern sind wir bekannt ja diese Prontos ja da hab ich vor uns da muss ich halt auch schon ein paar klatschen weil die brauchen wir ja auch für die für die Bosse da ist auch kein Sarko ja Mensch wo ist sie in der Buf? da bist du wieder dann gönn ich dem jetzt mal an genau gönnst du dem mal eins oder zweier mancher braucht zwei echt? ich weiß nicht ja zweier braucht er boah zweier und neun hast du ein Ei packen oder nischen du? kannst du ein packen was sind das? Weibchen oder? das sieht nach einem Männchen aus ne Männchen ne Männchen Männchen ok Mr. Barry wir suchen noch Barry Nina ja wir müssen mal gucken ich hab ja ein Weibchen notfalls müssen wir die halt so fahren dieses Testweibchen was ich hatte hier muss irgendwo noch ein 140er Sarko sein das ist die Idee ich hab ja noch meinen Thüler dabei macht sich ja hier besser um zum aufspüren zum aufspüren ich weiß noch seh ich die Sarkoze überhaupt seh ich nicht wie siehst na ich hab doch das C drin war ich ja aber das ist natürlich praktisch so Noah Frösche hier scheint nichts mehr groß zu sein außer Frösche und Piranhas das ist aber jetzt ärgerlich oh ich hab ein Blutegel so also kurz Blutegel abmachen oh nein oh nein was ist? lauf die so jetzt Blutegel abmachen und E gedrückt halten und Blutegel entfernen das provaliert kann aber das ist egal komm 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 ja 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 der ist hier der ist so eingestellt so was haben wir hier mal hier die Gegend absuchen vielleicht ist er hier irgendwo gelandet man weiß es ja nicht man weiß es ja nicht weil das hatte ich vor uns schon dass hier so ein Sarko ziemlich weit oben im Gebirge dann plötzlich war hier ist er da oder? ne das ist ein 25er ne das ist ein 25er boah das ist echt hier wo sind wir jetzt hin der 25er 20er 20er ja doch tot ist er da für ein 20er jetzt wollte ich grad gucken ob er das ist aber das ist eine Schildkröte die rennt mit Pferd rum echt? ja jetzt sind es auch gleich Fresse vom vom T-Rex ja das ist weg ich brauch ich brauch von dem anderen Teig ja ich brauch kein Pferd ja aber so wie es aussieht war es das das Sarko ist anscheinend wahrscheinlich gestorben oder so mit einem bösen anderen Tier überrannt und weg ist weg das ist wenn man halt nicht immer aufpasst vielleicht ist er unter Fluchtmodus gegangen weil ich hab ja vor uns schon gemacht ja aber ich seh ich seh hier überhaupt keinen Kroko irgendwo ok ja jetzt ist es wenigstens haben wir einen Baryonyx hm das ist ja schon mal was das ist ja schon mal was so und haupten Schildkröten gibt es hier ich muss ja echt sagen die Unterwasserwelt hier ist eigentlich schon richtig angenehm könnte man schon lieber sein da ist ein Krokodil oder? ich weiß nicht wo du ich bin jetzt gerade mal unsere Drache ja nee es ist ein 20er ach kurz 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 wie bitte ich hätte fast die zu genommen die zu 27 flanken ja ich glaube das mit dem sarko das ist heute das ist nichts mehr da ja der berry war wichtig ganz viel alle fallen lassen also fallen lassen als viele kristalle in freier sind ach so der der gatsch so schnippli schnappi letzte kristalli dann gucken wir uns mal auf den weg dann machen wir uns mal auf den rückweg zum die bellen was ich würde so lachen wenn der jetzt plötzlich da wäre ja nix da hier ja genau rocky ja ja wir lassen es ist wahrscheinlich weg die weg so wo alter der scheiß nebel der scheiß nebel du sagst das ist ich glaube schnell eingepackt dann gucken wir mal geschwind aber äh schroh kristall holz grüne edelsteine sorge schroh stein seite holz sand Obsidian Obsidian, also es war nie wirklich irgendwas interessantes Schade, schade So, ich muss aber sagen, machen wir jetzt mal hier Schluss an der Stelle und... Ja, wir haben ja wenigstens Bionics Was soll ich denn sagen? Ja, ja, du kleiner Arschwigsaw Fuck, 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 fuck Jetzt muss der kacken, der Rex, das gibt's doch gar nicht Ja, ja, inklusive Inhalt Ja, fuck Nein, nein Was denn du gesoffen, Alter? Was macht der Hai da im Wasser? Ach Stimmt, da wird der Juti getroffen Jo, tschau